Da sind die Bombenfässer und die Echsen sind da. Okay. So. Und jetzt können wir die Bombenfässer auf die werfen. Oh Gott. Und das war's? Nee. Und noch ein Fass. Okay. Dann laufen wir jetzt außen rum oder warten wir, bis sie näher kommt. Okay. Nice. Damit haben wir sie erledigt. Und Kyra ist in Rang aufgestiegen. Nice. Dann können wir die Mission abgeben. Um. Was ist das? Saurians will realize that they chose a perilous spot, but pray take care not to drop it in the river. The villagers use that water on a daily basis. You must make sure your aim is true. Good. You'll find the jars of poison just outside the village. Toss one into the Saurians' nest and your task. A single jar of poison ought to send those Saurians packing. Only do be mindful not to spill any on yourself, master. So, und da sollte... Okay, aber ich will da jetzt einmal hin und die Echse plündern. Die Momente make me proud to serve the Arisen. Ja, ich weiß, deswegen machen wir uns Echsen-Schuppen. Sonnenblüte. Oh, da unten ist noch was. Wir können noch fischen. So. Und dann wieder zurück. Oh. Ah, da ist er. Okay. Okay. Ich weiß nicht. So. Ich weiß nicht. So. Soll ich mir zwei neue Vasallen holen? Soll ich mir zwei neue Vasallen holen? Weil wir sind jetzt, glaube ich, 6622. Ja, komm, wir holen uns einen Vasallen in Stufe 6. Ja, komm, wir holen uns Vasallen in Stufe 6. Ja, da waren wir schon. Ah, verdammt. Vorbeigelaufen. Okay, dann wünsche ich dir eine ruhige Heimfahrt. Und, ähm, ja, danke fürs Dabeisein und vielleicht dann bis nachher. Ähm, genau. Dankeschön. Und, äh, wie gesagt, dir eine ruhige Heimfahrt und, ja, dann mit Denne. Genau, bis nachher. Und, äh, wie gesagt, dir eine ruhige Heimfahrt und, äh, wie gesagt. Hm. Okay. Okay. Den Falschen angesprochen. So, und ich brauche noch einen Schurken. So, und ich brauche noch einen Schurken. Okay, wen nehmen wir mit? So, und ich brauche noch einen Schurken. So, und ich brauche noch einen Schurken. So, dann nehmen wir die jetzt mit. Ja, dann lauf mal. Ja, ich laufe dich schon hinterher. Okay, hast du hier noch was? Ja, ich bin bereit. Ah, und wir laufen hier jetzt hinterher. Okay. Okay. Oh. Den können wir auch noch einsammeln. Was auch immer du eingesammelt hast. Wo sehe ich eigentlich, wie viel Leben ich noch habe? Oh. Ah, die können wir einsammeln. Okay, dann geht's weiter. Oh. 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 Ach, kriegen wir hier schön viele Sachen. Oh. So, war hier noch irgendwie was? Nee. Okay. Was ist hier? Oh. Wo geht's denn hier hin? Oh. Jaspers. Oh. Was soll ich hier machen? Untersuchen. Das herrliche... Bleh. Dies ist ein herrlicher Anblick. Die Landschaft scheint sich in alle Richtungen zu entfalten und ihre Geheimnisse den geduldigen Beobachter zu offenbaren. Okay. Okay. Ja, dann lauf mal weiter vor. So. So. ok dankeschön dann wollen wir doch mal gleich gucken gegenständen ok oh jetzt sind wir auf der anderen seite von dem lager ok ja mach das mal bitte ok wer ist das, was du mit dir gehst? ein Arisen ein Arisen? ein Arisen? ich sehe, dass das Ascension des Sovereign hat nichts gemacht um zu stoppen die Angelegenheit dieser ist die Loyalität des Paus was? was? unmöglich du so gut wie ich weiß, dass es nur ein Arisen gibt und er liegt in der Palette ja 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 ok ok wir haben ein Material gefunden unterschiedliche Kombinationen von Materialien resultieren in unterschiedliche Kreationen mhm ich weiß haben wir schon ein paar mal gehört nötlicher Kontrollpunkt von Vermund will er vorlaufen? ja will er vorlaufen? ja will er ok oh da ist eine Truhe die können wir gleich mitnehmen wildheit extrakt wildheit extrakt oh ölpfeil ok 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 So, ich wollte mal was nachgucken. Kann ich eigentlich, ähm... Schade, ich kann den Hut nicht ausblenden. Das wär nice gewesen. So, Prinzessenknolle. Oh, ich dachte, er kann vielleicht handeln. Okay. Oh, Truhe. Uh. Und noch ne Truhe. Das ist noch ein Herr der Blitze. Nice. Oh. Ja, was ist das? Ah, ein Stein. Vergessener Riftstein. Bescheidendes Lager. Hier haben wir... Ausstattung des Entdeckers und bescheidendes Lager. Lager des Entdeckers, das wirst du doch hoffentlich ein bisschen anders aussehen. Oh, ja. Geil. 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 Ja, da sind wir. Ich frage mich, ob man hier auch Waffen schmieden kann. Grünlatte ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, genau. Ich habe mich echt erschrocken. Okay. Nee, brauche ich nicht. Oh. Keine. Auch keine. Kein, kein. Oh Gott. Schwächungen sind negative Status mit Effekten wie dem regelmäßigen Zufügen von Schaden oder dem Verwundbarmachen für bestimmte Arten von Angriffe. Sie sind nicht auf dich und deine Vasallen bestrengt, sondern können auch Feinde dazu gefügt werden, was große Vorteile im Kampf bringt. Ziehe den Eintrag jeder Schwächung zu Rat, um mehr Informationen über ihren Effekt zu erhalten. Oh Gott. Oh. Das sind noch welche? Oh. Oh, nice. Oh, haben wir sogar einen Stufenaufstieg und Gold bekommen. Dann können wir weiter. Oder auch nicht. Oh Gott. Der wurde stabil tot gemacht. Nice. Ordentlicher Kampf und ordentlich Schaden gemacht und hier werden wir jetzt geheilt oder was? Ja, cool. Und dann können wir weiterziehen mit der Kleingruppe. Ja, komm. Wir greifen die hier noch an. Wow. Krass. Krass. Oh, da ist noch einer. Ups. Oh, Laufbahn. Cool. 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 Oh Gott, hier ist schon wieder einer. Nice. Kyra ist auch aufgestiegen. Das ist doch schön. Oh Gott. Wieso sind denn hier Harpien? Oh. Sammelstätte der Bestien. Oh, da sind noch mehr. Ah, da hinten sind auch noch welche. Oh Gott. Was zimmert die da so rein? Ich finde es ein bisschen schade, dass die Gegner auf einem Minimap nicht angezeigt werden. Okay, wir müssen ein paar Gegenstände verschieben. Und dann machen wir's mal. So. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So. Oh. Got it, got it, got it. Wie sie das im Hintergrund anhört. Oh. Kobalthorn. Okay. Und die können wir öffnen. Herr der Blitzer. Ach, da war noch ne Truhe, ne? Ja. Oh. Wollen wir hier hinter nochmal gucken? Oh, gucke mal einer an. Ah. Ich nehme das. Wir werden es finden. Freunde, da haben wir doch mal ne hübsche Truhe gefunden. Und wir bekommen weiche Pelerin. Und zwar haben wir die Truhe hier gefunden. Relativ nah am Anfanggebiet. In der Nähe der Sammelstätte der Bestien. Und es ist was genau? Ah, guck mal. Ein weicher Pelerin. Ein langes Umhängetuch. So. Das ist so eine Sache. Das hat meine Masternotice entstanden. Nice. Damit haben wir jetzt so einen komischen Umhang. So. Dann wollen wir aber mal weiter hier. So. 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 So.